Der Vertrag von Niklas Wilson Sommer läuft ja bekanntermaßen aus nach einer enttäuschenden zweiten Saison bei Waldhof Mannheim. Und nun gab der 25-jährige Social-Media-Star, auch bekannt als Willi, klare Indizien zu seinem neuen Verein. Denn so zeigte er zunächst heute Morgen in seiner Insta-Story ein Bild von seinem Navi vor einer für ihn uncoolen, langen Autofahrt, wobei man halt eben die Fahrtdauer von 3 Stunden und 12 Minuten sehen konnte, als auch die Strecke von 328 Kilometer. Und da er eben gestern in Frankfurt war, konnte man davon ausgehen, dass das eben sein Startpunkt ist. So weit, so gut. Da gab es eigentlich noch mehrere Optionen, wo er hätte hinfahren können. Vielleicht war das auch schon während der Fahrt und gar nicht sein Startpunkt. Da gab es verschiedene Spekulationen. Es hätte zum Beispiel Ingolstadt sein können oder auch Bielefeld. Letztendlich hat er dann noch eine weitere Story im Laufe des Tages gepostet. Und da konnte man dann halt eben ein Fitnessstudio sehen, in dem er sich wohl befindet. Und das Ganze liegt eben in Bielefeld. Und das gibt es so in der Form auch in keinem anderen Ort der Welt. Also die Indizien sind eigentlich recht klar. Es sei denn, das Ganze war ein Prank von Willi selbst. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dazu passt er auch viel zu viel zusammen, ehrlich gesagt. Denn wie gesagt, sein Vertrag läuft aus. Er sucht einen Verein. Bielefeld, wenn man da mal schaut, die suchen halt eben einen Rechtsverteidiger, nachdem Klünter und Siedler den Verein verlassen werden zur kommenden Saison. Und man somit halt eben keinen gelernten Rechtsverteidiger mehr im Kader haben wird. Die Frage, die sich mir dann halt eben stellt, ist, ob er Bielefeld wirklich verstärken kann, qualitativ gesehen. Denn die sind Absteiger eben in die dritte Liga und sollten schon durchaus den Anspruch haben, wieder aufzusteigen. Willi hingegen war letztes Jahr bei einem Team im oberen Mittelfeld. Aber wenn man jetzt mal nur seine Zahlen, also seine Einsatzzeiten betrachtet, dann ist das Ganze halt eben nicht wirklich prickelnd gewesen. Zur Wahrheit gehört halt eben auch, dass er viel verletzt war. Zudem hat er halt eben auf seiner Position starke Konkurrenz mit Jans, Dörfler oder auch Rossi Pall. Und da ist ehrlich gesagt die Qualität höher wie aktuell im Bielefeld-Kader, zumindest auf seiner Position, wenn man das mal betrachtet. Und daher denke ich schon, wenn er fit bleibt, kann er da einen Mehrwert bieten. Aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, auch wie die Fans mit der ganzen Thematik umgehen. Dass da halt eben jetzt so viele Fanboys, sag ich jetzt mal, dazukommen werden. Also Aufmerksamkeit wird man auf jeden Fall bekommen. Die Frage ist halt, ob positiv oder negativ. Ich glaube, das Ganze hängt stark davon ab, wie es sportlich laufen wird. Generell ist es ja bei Bielefeld aktuell nicht die beste Zeit. Aber mal schauen. Ich denke, Trikotverkäufe wird es auf jeden Fall einige geben, sobald der Transfer eben verkündet wird. Und das Ganze sollte auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.